Und herzlich willkommen zurück zu FIFA 18 in Liga 2 und warte, Neapel steht an. Ja, so ein scheiß Neapel, das ist für die echt schwierige Gegner. Bisher haben wir, glaube ich, immer unentschieden Neapel gespielt. Aber wir müssen jetzt doch nicht gewinnen können, auf jeden Fall. Egal, das wird sich heute ändern. Wir haben nochmal, Liga 2, zweite Spiel, auf Wurz. Wunderbärchen. Oh, schade. Wo kommt denn die Mitte, ey? Verdammt. Ja, der hol ich mir. Der ist gut zu schnell, ey. Der hat mal Raum. Oh, er ist sauber. Jawoll. Der war... Mit Glück. So, ja, ich muss mir erstmal hier durchlängen, jawoll. Ja, das ist... Wo man steht. Okay, schade. Okay, da sollte er ins Kütter. Jawoll. Oh, schade. Da hat er seinen Fuß dazwischen gehabt. Ey, 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 ey. Oh, Obermeer, was? Niemals habe ich ihn so vorhauen, dann zähl mich nicht. Jawoll, jawoll, kriegst du, jawoll. Oh, was selber. Jawoll. Oh, Mann. Same. Wunderbärchen. 1-0. Meister Grätsche führen. Ole, 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 ole. Ja, Mann, das war das... Ne, quatsch. Wir hatten ja im letzten Spiel schon ein Tor in Liga 2. Ah, also doch nicht das erste gemacht. Wollte ich schon feiern. Äh. Egal. Trotzdem, sauberer Abschluss. Auch ein bisschen Glück gehabt. Ja, ist sehr okay. Das ist das erste Mal, dass wir führen in der Liga 2 kann das sein. Ja, das ist auf jeden Fall. Das letzte Mal, Lagenmeier. Ich hoffe, ich 2... Oh, na super. Oh, was. Oh. Der läuft doch entgegen da. Das gibt's so nicht. Ach, scheiße. Wo köft ihr denn hin? Ja, aber auch ein bisschen Banane gemacht. Wirklich. Jawoll. Er hat da. Oh, Nico. Was ist das? Was ist da los? Ein guter Doppelpass. Ah, nein, 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 nein. Der wird schießen. Über. Ja, 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 entspannen nicht, entspannen nicht. Na! Ja! Man könnte ja auch zum Ball laufen. Jawoll! es ist kein wollen sie nicht macht es war absetzer oder nein ja schade das zu teufel ja sauber war keine scheiße ja scheiße geht auch daher die war sowas von verteidigt verteidigbar das heißt ja ein bisschen energisch hat so mit dem kopf der namen vielleicht mit schritten vorne einfach nur gehen das ist das geheimnis so naja ist ärgerlich da war hat uns der posten das 20 genommen sozusagen und die aus dem schießen deine jawohl ja gut aber gedacht ich zieh zurück ich dachte ich spiel zum ober der reine mitte so frei scheiße er kriegt schon das wäre das so kratz 21 was gibt es doch nicht ich habe was gespielt ehrlich nein diese laufwege heute eine sensationell ja was na deiner meiner jetzt jetzt was schlau gemacht jetzt muss man da war ich dann ernst wie die sich da entschieden haben so miteinander geredet haben roll ist da komplett komplett auch nicht aber fast jetzt ja wo er hat was spieler zeit fahren nein ober ich will jemanden anderen haben und weiß nicht die pässe sind und irgendwie sie wollen nicht so ganz als wenn ihr das erstmal lernen aber es sollte wieder darauf hinaus mit dem unentschieden hier das ist so da ist immer gegen die Apel diese die Geschichten da nein so man das das war gemein auch ja sicher ich hoffe doch so werden mit sicherheit schon fühlen können naja wenn es ja nur steht wenn er vom forsten reingeht dann hätten die doch kein tor mehr gemacht aber es ist so wie es ist ja man damit habe ich das für die wenn er es weil er sich da gemacht haben soll aber gut und so leider den pfeifen ja genau dann kann sie mal probieren um ein haar genau wenn wir dann machen kann man so schade es gibt so hier wo passende wo scheiße ein achtes ihr wohl wohl war es immer gewollt schick ja gewollt er kommt schade eigentlich was zum power kopfball jawohl der kopf schade ja ob da mich da ja da steht einfach vor dir gut oder das kann er einlaufen oder wo der war gut das ist doch jawohl spieler zurück wir machen es gut jawohl sie durch oh nein es war sogar gewissene na verdammt nein nein was hat sich da anders machen nein war es nicht gut der aber nicht gut das sind das erste stadt gesperrt naja der ist der ist so max nur weil wenn der also müssen auf jeden fall reuss auf reuss muss macht sich durch die durch ja ja schon ist klar einmal einmal verlieren hat er noch hier wird schießen hätte hat man aber die sind jetzt aber auch offensiv gestellt das würde ja sagen das kann man aber pfeifen doch das ist schon auch gute position aha egal ich hauen rein und mit mit aufwäger schade da stimmt da war ja was wir werden wieder so eine situation bekommen wir hoffen noch nein jawohl naja wirklich schade dann kann man versuchen wir haben auf jeden fall offensiv bestellt das heißt jetzt kann man echt mal gut kann dann nein 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 ich kann nur schritte ich bin nicht da hoch ach das gibt es doch nicht das ist nicht schön ich glaube das in der 7 80 minuten das darf doch nicht wahr sein na gut ach noch doch zum tor ey was denn los bei dir ich bin warum kann ich nicht mit mir zu erzielen jetzt ist Platz für den Konter nein jetzt wird es zu hoch ja 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 na klar schade das ding geht leider aufgrund der zweiten hälfte voll in ordnung ja schon auf jeden fall und zwar war nicht so geil das war gut wir haben ja echt top gemacht aber also top jetzt auch nicht aber war in ordnung dann hätten wir in der ersten halbzeit das 2 gemacht und nach dem 1 1 das 2 1 direkt gemacht da wo du von oben nachher gelaufen ist dann hätte man da auch noch was reißen können also dann wurde sogar als Eigentor gewertet ja genau wenn sonst keine Tore schießen und geht es halt um das eigene Tor ja man muss das halt in unser eigenes Ding reinschießen ehrlich na gut na gut dann auf ins nächste